Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Bei der Macht von Lukas Schorsch. Wir haben den Content. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi-Nerds, dem Star-Wars-Podcast. Und hier sind eure Sith Lords. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Jedi-Nerds, eurem Star-Wars-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Master Chris und mit mir dabei Padawan Michael. Ich grüße dich. Lebe lang und prosper. Allerdings, die eine Serie ist zu Ende aus dem, ja, doch etwas desolat zurückgelassenen Star Trek Franchise. Und jetzt hüpfen wir ins nächste Franchise, um dessen Zustand es ja aktuell, na, zumindest diskutabel bestellt wird. All das wollen wir heute besprechen, denn wir werden über die Akolythen reden. Die Akolytes. Der Messdiener sozusagen. Ja, ganz genau. Das wäre die korrekte Übersetzung, aber die Akolyte. Ich habe auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht nachgeschaut, was das heißt, als die Serie so rauskam. Ich habe das Wort, keine Ahnung, kanntest du das Wort? Nee, musste ich auch nachschauen. Und ich muss es immer mal wieder nachschauen, weil ich es immer wieder vergesse. Ja, also ich kann es auch nicht. Ich denke mal, dass die Suchanfragen dazu in den letzten Tagen massiv nach oben gegangen sind. Bevor wir über die ersten beiden Folgen von Star Wars, die Akolyte reden. Aber Michael, für alle, die heute neu dabei sind. Und das sind ja bei solchen Eventserien dann doch immer wieder ein paar neue Menschen. Wo könnten sie denn noch mehr von uns hören und wie geht es denn so weiter? Ja, ganz einfach könnt ihr auf nerdizismus.de gehen. Denn da findet ihr alles, was wir jemals geschrieben, eingesprochen, aufgenommen und verfasst haben. Und außerdem neben den Star Trek Sachen, neben den nicht wieder startenden Lord of the Rings und House of the Dragons Sachen und so weiter, findet ihr da auch sehr viele schöne Feedback-Optionen. Denn ihr könnt uns schreiben. Wir möchten nämlich immer eure Meinung zu dem ganzen Kokolores wissen, den wir hier verzapfen. Und das könnt ihr entweder über die Info at nerdizismus.de. Wir freuen uns über jede klassische E-Mail. Oder ihr schreibt oder sprecht uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 01525 964 7709. Oder ihr diskutiert fleißig mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de. Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über Reviews. Die könnt ihr hinterlassen auf Spotify. Ihr könnt sie hinterlassen auf Podcast Addict. Und ihr könnt sie natürlich hinterlassen auf iTunes. Und da schreibt der Axel, der mag uns irgendwie nicht. Schade, dass man die Jungs gezwungen hat, eine Serie zu schauen, die sie offenbar von Beginn an hassten. Wenn man konstruktive Kritik möchte, man nicht hören oder geben, dann kann ich sie mir auch sparen. Leider musste ich die allerletzte Folge abbrechen, als es mal wieder über die Figur einer Darstellerin ging. Wirklich schade. Also Michael, das ging natürlich ganz klar nochmal. Ein kleiner Callback auf die von uns doch so ganz mit Verachtung gestrafte Serie Star Trek Discovery. Was soll man machen? Aber es stimmt nicht, was da steht. Zum Teil. Meine Güte, du haust aber zu manchen Leuten schon manchmal ein bisschen was raus. Also ich halte mich ja bei solchen Kommentaren gerne zurück. Du denkst es halt nur, aber ist schon gut. Ja, nein, nein, nein. Komm, wir sind ja auch nicht die schlanksten Jungs, ne? Exakt. Aber wo man ganz ehrlich sagen muss, da muss ich sagen, lieber Axel, geh doch mal zurück. Hör dir die ersten zwei, drei, vier Folgen von Star Trek Discovery an. Wir sind wirklich gut eingestiegen. Auch jede Staffel neu gut eingestiegen. Wir hätten gerne mögen wollen, aber man ließ uns einfach nicht. Und wenn du konstruktive Kritik an uns hattest, dann melde sie doch mal nochmal per Mail. Aber ich schätze mal, du wirst es hier wahrscheinlich eh nicht mehr hören. Und ja, gut, und zu Tilly und ihren Marathons, gut, da ist auch alles gesagt. Mal gucken, ob das hier jetzt besser wird. Ich bin ehrlich gesagt positiv bisher gestimmt nach dem, was man so über die Acolyte ja hat im Vorfeld lesen müssen. Und der Trailer ja, als er rauskam vor ein paar Monaten, so als meist down-gevoteter Trailer ever verschrien wurde. Da hat man ja wunderweise was erwarten können. Was hast du denn so von die Acolyte im Vorfeld mitgekriegt und dir gedacht, als es dann rausging? Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hype-Faktor war tendenziell gegen null. Aber das hat jetzt gar nichts mit dem Trailer zu tun, sondern irgendwie so mit so einer Übersättigung an Content, der einfach nicht gut ist. Und gerade bei Star Wars haben wir ja mit der Kenobi-Show. Und ich habe jetzt letztens, ziehe ich mir jetzt gerade noch Bad Batch rein, ganz ehrlich, das ist auch nicht gut. Ja, bin ich mal gespannt. Hast du denn was von Acolyte im Vorfeld schon gehört? Zwischendurch, das hat mich in der Tat ein bisschen motiviert, als, glaube ich, die ersten News dazu rauskamen, dass ich mir die Bücher oder eins der ersten drei Bücher von der High Republic habe durchgehört. Weil, ich meine, das war ja das Besondere daran, dass wir jetzt hier nicht mal mehr uns in der Umgebung der Skywalker-Jahre befinden, nicht vor und nicht nach denen, sondern deutlich vor denen, in der sogenannten Ende der Ära der High Republic, also dem leuchtenden Zeitalter der Jedi und der High Republic selber, bevor es dann alles überging ins Imperium und so weiter und so fort. Aber ja, das hat mich damals schon interessiert, das muss ich sagen. Also das fand ich sehr spannend, auch wenn mich die Bücher dann am Ende doch etwas abgeschreckt haben. Ich habe auch mit der Reihe aufgehört. Die war mir zu undefiniert, kamen ein paar interessante Figuren dabei und da war es gut. Und deshalb hat mich Acolyte schon etwas interessiert, weil wir halt so versetzt und woanders waren. Aber ganz ehrlich, im Laufe der Zeit, wo es dann so entwickelt wurde und durch die letzten Serien, die okay waren, aber wie wir schon oft genug gesagt haben, Content, wäre jetzt meine, ja, der Hype bei mir auch nicht so riesig. Und ehrlich gesagt, nach den Trailern, die sahen okay-isch aus, aber auch nicht anders. Also das Einzige, was so ein bisschen damals anders war, war Endor. Und dann ist alles zurück in diese ganz starke Star-Wars-Ästhetik-Optik zurückgegangen. Und das hat mich dann am Anfang nicht so gecatcht, wie mich die ersten zwei Episoden gecatcht haben. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ja, der Hype, außer dass ich vielleicht mich gefreut habe, Carrie and Mostert drin zu sehen, war jetzt nicht so riesig. Der Hype allgemein ist auch nicht, sag ich mal, langfristig aufgebaut worden. Du weißt ja, und treue Zuhörer werden es wissen, ich gucke dann immer bei Google Trends mir dann mal so das Nachfragevolumen an. Und was natürlich einfach ein Dauerbrenner ist seit Jahren, ist halt Game of Thrones. Das ist halt unglaublich. Es läuft halt einfach, einfach in der Nachfrage stur durch. Und dann habe ich mal verglichen, die so die Event-Serien der letzten Monate. Und da ist der unangefochtene Platz hier schon gut. Ja, war auch eine extrem gute Serie, die wir nie besprochen haben. Ja, irgendwie. Wir haben ja heute Morgen schon ein bisschen besprochen in unserem Chat, das für uns vielleicht in Zukunft mal. Weil ich sage es dir ganz ehrlich, wenn das mit Ecolight so weitergeht wie mit Star Trek Discovery, dann habe ich auch bald alles zu diesem Franchise gesagt. Dann habe ich da auch bald keinen Bock mehr. Ja, dann werden wir uns vielleicht auf Sachen stürzen, die gut sind. Wie zum Beispiel Blue Eye Samurai, was ich gerade angefangen habe. Aber dazu vielleicht später mehr. Also Nachfrage. Shogun ist der absolute Platz hier. Das schoss nach oben und hat sich dann die acht Wochen, wo es lief, gehalten. Weit abgeschlagen. Geradezu nur mit Zuckungen. Das muss man einfach sagen, ist Star Trek Discovery. Das hat einfach am Ende niemand mehr gejuckt. Da gibt es fast gar keinen Ausschlag hingegen. Also Ausschlag schon, aber halt einen anderen. Sondern Doctor Who, ganz ehrlich, zuckt auch nur knapp über Discovery. Und jetzt von hinten aufgerollt mit einem bombastischen, steilen Anstieg, nachdem wirklich vorher gar nichts ging. Die Ecolight. Also es ist in der Nachfrage nach oben geknallt. Ich bin gespannt, ob es sich halten kann. Die Rotten Tomatoes sind vernichtend. Allerdings muss man da sagen, dass es wahrscheinlich auch Review-bombt wurde. Denn die ersten zwei Folgen, der Critic-Score sind 90 Prozent und der Audience-Score sind 27 Prozent. Da warten wir nochmal ab. Ich habe gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich bin tendenziell eher ein bisschen geneigt oder übervorsichtig mit meinem Enthusiasmus der ersten zwei Folgen ranzugehen. Weil wir haben es schon so oft erlebt, die ersten zwei Folgen für die Presse. Und danach kackt die Serie ab. Wir haben aber Picard erlebt, haben wir bei Discovery erlebt. Wo hatten wir das noch? Wir hatten das, glaube ich, noch zwei, drei Mal. Ich glaube, bei The Walking Dead war es auch ein paar Mal. Wo immer so die ersten zwei, drei Folgen, die so als Presse-Preview draußen waren, wo man dann die Reviews drauf schreibt, die waren immer okayisch bis gut. Manchmal sogar sehr gut. Und danach brach dann vieles in sich zusammen. Deswegen bin ich hier noch sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber, ich muss das mal als kleine Einschätzung vorab, in den ersten zwei Folgen kann ich bis auf glitzig, glitzig kleine Sachen, ehrlich gesagt, gar nicht in diesen allgemeinen Jammerei-Tenor da einstimmen. Ich fand es gar nicht so schlecht. Teils, teils. Also nochmal zu den vielleicht Marketing-Maßnahmen an sich. Also hier in Düsseldorf haben wir schon ein paar Litfaß-Säulen, die da mit den Aco-Lights voll gepostet worden sind. Das hat Disney ja auch bei Shogun gemacht, so unter dem Motto, Disney kann auch Erwachsene-Unterhaltung. Ist interessant, dass sie es nicht auch bei so einer Serie wie die Aco-Light mal probieren, von diesem Disney-Image wegzugehen. Weil das ist eine der Dinge, die mich dann doch an dieser Serie so ein bisschen stören. Es ist, ich habe es eben schon erwähnt, es ist die Star Wars und die moderne Star Wars-Optik der Star Wars-Serien. Die einzige Realserie, die sich so ein bisschen davon verabschiedet hat, war zuletzt Andor. Weil sie auch einen ganz anderen Farbcode hatte, weil sie auch anders gefilmt wurde, gefühlt. Aber hier haben wir für mich wieder, und das ist wirklich nur rein auf die Optik bezogen, ein sehr flaches, Special-Effects-getriebenes Bild, was keine Tiefe hat. Also es ist so in diesen sehr weichen Farben, Pastellfarben möchte ich fast sagen, aus dem Star Wars-Universum, ohne dass wirklich irgendein Kontrast hervorsticht, wenn nicht vielleicht mal ein Lichtschwert angemacht wird. Und das hat mich am Anfang, das hat mich auch, ich habe es eben schon gesagt, an den Trailern gestört. Dass man hier nicht etwas nutzt. Wir sind in einer neuen Ära. Wir sind in einer Ära, die wir vorher visuell so noch nicht erkundet haben. Und die eine leuchtende Ära des Star Wars-Universums ist, wo die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind. Und die Republik quasi scheinender nicht sein könnte. Wieso macht man da nicht einen krassen, leuchtenden, bunten Kontrast in das Ganze mit rein? Aber nee, dieses Bild ist weiterhin flach und sieht aus wie Boba Fett und sieht aus wie Mandalorian und hat nichts, oder Ahsoka und hat keinen eigenen Touch da drin, habe ich das Gefühl. Sieht alles gut aus, aber es ist flach. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen daher kommen, dass die Showrunnerin und Regisseurin Leslie Headland hat ja bisher auch tendenziell eher fürs Fernsehen, eigentlich nur fast fürs Fernsehen gearbeitet. Was ich bei ihrem Oeuvre kenne, und ich gebe zu, das ist das Einzige, was ich kenne, und das ist mir allerdings in sehr guter Erinnerung geblieben, ist Matroschka, Russian Doll, auf Netflix. Das war eine kleine, kurze Serie, ich glaube, die hatte nur vier oder, es waren 15 Episoden in zwei Staffeln, aber die waren immer nur 20 Minuten lang, deswegen kam mir das so kurz vor, die hast du einfach so weggeguckt. Mit, ich glaube, Rebecca Henderson war, glaube ich, in der Hauptrolle. Und, nee, die, die ich immer noch von American Pie kenne. Natasha Lyonne heißt sie, genau, Natasha Lyonne heißt sie ganz genau. Es ist für mich immer noch die verrauchte Teenagerin aus American Pie. Mir ist sie halt aufgefallen bei Orange is the New Black. Ach, das auch, stimmt, stimmt, stimmt. Aber weil sie auch, American Pie haben die damals noch so übersetzt, also nicht mit dieser rauen Stimme, die sie hat. Sie ist ja wirklich, oh, so eine Raucher, Stimme, so ein Charakter-Voice-Over hat sie und sagt, ja, stimmt, Orange is the New Black war sie auch sehr beeindruckend. So, und die Serie hat mich absolut abgeholt. Die haben das Forever Not Girl und ich wirklich durchgebingt und haben sie sehr gefeiert. Und sie war sehr lustig und kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen. Und von daher durchaus keine No-Hard-Feelings gegen Leslie Hetland. Und auch wenn natürlich im Vorfeld wieder kolportiert wurde, oh, die Frau, die hat ja nur eine Agenda, die sie durchbringen will und gar keine Story. Hm, das ganz ehrlich fragst du mich nach der Serie nochmal, wenn ich alles gesehen habe, stand jetzt, sage ich, warten wir mal ab. Aber, du hast gerade das Marketing angesprochen, auch hier, muss man ganz ehrlich wieder sagen, geht Disney mal wieder so diesen klassischen Fail, der halt meiner Meinung nach schon auch schon ziemlich durchschaubar ist. Man lädt sich halt vorab, ich sag mal, Creator-Klatschvieh ein, das halt alles bejubelt, um Access für Star Wars zu kriegen und holt sich erstmal die guten Reviews. Und das ist ja auch verständlich, am Ende willst du ja ein Produkt verkaufen, ist ja okay, aber sie machen diesen Stunt halt dauernd und es gab halt auch schon wieder die gekauften Artikel, wo halt drin stand, ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö kam, ihr habt ja nur was gegen naja, das übliche Diversity, starke Frauencharaktere, bla 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 und da sag ich mal warten wir es mal ab, ob die Serie dann vielleicht storyweise überzeugen kann und deswegen stimme ich da jetzt aktuell noch nicht ein und selbst in diesem Chor haben wir beide ja noch nie eingestimmt. Nee, ich hab auch satt, dass bei diesen ganzen Nerd-Franchises, ich mein, wir Nerdizismus heißen wir und wir meckern gerne auch mal über gewisse Sachen und ja, ab und zu gerade auch bei Discovery haben wir vielleicht Dinge angesprochen, die eher aus unserer weißen Mänglichkeit herauskommen aber ich hab keinen Bock mehr auf diese fucking Culture Awards, ich hab keine Lust mehr, die ganze Zeit bei solchen Franchises mir von einer Seite anzuhören zu müssen, boah die sind ja so blöd woke und die andere Seite, nee wir sind progressiv und so, auch hier, wieso kann man nicht mal die Mitte da zu finden, wieso kann man sich nicht mal einigen, es gibt halt immer wieder diesen Streit, wo alle Leute ihre Seiten einnehmen, ohne ein bisschen von ihrer Position zu verrücken und wir, ja auch wenn wir vielleicht am Anfang ein bisschen lästern, ist es zum Beispiel jetzt auch bei Discovery, wie unser Hörer ja das geschrieben hat, er hat aufgehört die Folge, jeden Podcast dazu zu hören, aber wir haben ja am Ende auch Gutes an Discovery gelassen und wir haben ja auch nicht nur das Schlechte versucht einzuordnen, wir haben es versucht einigermaßen naja, aus einer gewissen subjektiven Objektivität zu betrachten und wie gesagt ich hab keinen Bock mehr auf diesen blöden, auf diese blöden Culture Wars, die immer wieder ausbrechen, lass uns das doch mal rein aus der Machart und ohne diese Färbung von toxischer Männlichkeit oder Wokeness betrachten, das würde ich gerne machen da würden dir jetzt die anderen dagegen halten, ja würden wir auch nicht, wenn ihr uns mal eine gute Geschichte erzählen würdest und nicht die Agenda über die Geschichte stellen würde das wäre halt das Gegenargument das Gegenargument ist aber auch hier wieder wie du es gerade auch schon gesagt hast lass uns doch erstmal gucken und dann entscheiden, lass uns nicht vorverurteilen, muss man doch alles nicht machen so sieht es aus und deswegen wollen wir das heute mal machen, wie immer gehen wir auch mal so ein bisschen den Cast da durch da hätten wir in der Hauptrolle Amandia Stanberg eine junge Schauspielerin 98 in Los Angeles geboren, die habt ihr vielleicht schon als Stimme gehört, nämlich als Margot Cass Spider-Bite in Spider-Man Across the Universe und sie hat dann auch noch mitgespielt in Tribute von Panem 2012 von den vier Episoden Sleepy Hollow da muss ich sagen, ist sie mir jetzt nicht aufgefallen, aber da war sie vielleicht drittes Kind von links keine Ahnung nee, Panem hast du vollkommen recht, da ist die Zeru ich bin in dem Panem Universum so gar nicht drin, ich habe das einmal gesehen und fertig ich habe die Bücher damals gelesen und die Filme habe ich zwar nur einmal geschaut, aber erinnerst du dich vielleicht an diesen in den ersten Film als die das kleine Kind beschützt ja, ja doch stimmt das ist die ja ah, okay alles klar sie hat eine Doppelrolle sie spielt May und Osha glaube ich genau also sozusagen zwei Zwillingsschwestern eine gut eine böse naja spannend was da aber rauskommt dann haben wir bisher mein Favorite mal gucken ob da noch was kommt Saul gespielt von Lee Jung Ye der ist seines Zeichens ein südkoreanischer Schauspieler und den habt ihr in Squid Game schon mal gesehen alles andere könntet ihr vielleicht noch das Hausmädchen gesehen haben das ist auch ein bekannter südkoreanischer Film und Assassination das waren so die Filme wo ich auf jeden Fall gesehen habe aber auch hier muss ich sagen da kann ich jetzt mich nicht dezidiert an ihn erinnern aber in Squid Game natürlich ich glaube da hat da war ja die Hauptrolle richtig da war natürlich also jetzt in das Hausmädchen und so weiter das sind so lange her dann habe ich die einmal gesehen aber da war er natürlich der Hauptcharakter ganz genau der ist hier und jung hieß er damals in Squid Game und Squid Game war ja auch so eine Serie die war jetzt sie war auf ihrer Art und Weise konsequent aber nicht innovativ also ich meine so ein Spiel wo es ums Leben geht das hatten wir schon in den 70ern Battle Royale ja Battle Royale Running Man das Millionenspiel mit Dieter Hallervorden und Dieter Thomas Heck ja ja ist auf YouTube könnt ihr euch komplett anschauen das Millionenspiel aus den 70ern und ganz ehrlich das ist ziemlich gut das ist ziemlich gut und das könnt ihr euch da von daher war es jetzt nicht so innovativ aber es war ich glaube es war die konsequenteste Menschenjagd die man bisher auf dem Fernsehen gesehen hat und von daher war das okay ich weiß gar nicht gibt es da noch irgendwie eine zweite Staffel oder soll die irgendwie kommen oder so okay nachdem sie ja die Reality Show gemacht haben war davor schon länger die zweite Staffel angekündigt ich bin mal gespannt wie sie das Konzept weiterführen weil das ist ja das leitet sich das ist quasi prädestiniert für eine Staffel dass man es abgeschlossene Geschichte macht aber jetzt auch wie bei Shogun machen sie ja auch eine zweite Staffel jetzt draus ja und da muss ich halt ganz ehrlich sagen braucht es das jetzt wirklich nein ich glaube ehrlich gesagt nicht so sehr weil Squid Game war für mich abgeschlossen fertig und Shogun ist ja sowieso abgeschlossen also da ist ja auch die Geschichte auf der das basiert in der Historie ja auch abgeschlossen aber gut also die Buchreihe nicht weil der hat ja noch weitere Bücher geschrieben wo auch immer mal wieder Leute aus verschiedenen Büchern erwähnt worden sind aber diese Bücher spielen halt alle immer in ganz verschiedenen Äras in verschiedenen Zeit Jahrhunderten und sowas in ganz vielen Dynastien glaube ich bei Shogun bist du jetzt ja genau bei Shogun gut dann geht es weiter Yort Fanda gespielt von Charlie Barnett meinem amerikanischen Schauspieler der ist vor allem durch seine Rolle Peter Mills aus Chicago Fire bekannt geworden habe ich nie gesehen in Matroschka hat er auch mitgespielt und in Orange is the New Black da ist er also in Matroschka weiß ich noch habe ich ihn gesehen Orange is the New Black hat er nur eine Folge mitgemacht Man in Black 3 gehört noch dazu und ansonsten das was man halt so als Tatort äquivalent in USA hat also Law and Order Criminal Intent Chicago PD CSI und so weiter und so weiter also klassischer Seriendarsteller und er hat natürlich gleich mal so richtig in die Fauxpas Kiste gegriffen als er mehrfach in Interviews der festen Überzeugung war dass Anakin ja auch ein Massenmörder sei weil er ja den Todesstern in die Luft gejagt habe und das hat er halt nicht nur einmal gesagt sondern ich glaube zwei oder dreimal es war so ein Standardsatz den er halt irgendwie drauf hatte und er ist da halt nicht korrigiert worden nicht berichtigt worden und im allgemeinen Hate auf diese Serie war das halt noch so das i-Tüpfelchen ja was da so on top ging ja ist unangenehm ist blöd auf der anderen Seite frag mal Harrison Ford über Star Wars der hat auch keine Ahnung davon ja vor allen Dingen hat er keinen Bock da drauf und vor allem hat er keinen Bock darüber zu reden dafür hängt er an Indy so ist das so ja ja der Indy hat er ja die letzten zwei Filme auch genau der hat ja die Filme auch gepusht dass die nochmal wieder kommen dass er auch dabei ist während er bei Star Wars überzeugt werden musste da wieder mitzumachen und dass da auch Vicky dann stirbt ja in beiden Fällen keine gute Entscheidung gewesen na gut aber der Jort der Jort hat wenigstens seinen Vorteil in der Serie vielleicht haben das hat das viele wieder besänftigt dass er einfach so eine hunk bauchfreier hunk da rumgelaufen ist dann haben wir jungen Padawan Jackie Lorne gespielt von Daphne Keen ja hab ich nicht erkannt und war gerade verwundert Daphne Keen spielt da mit krass ich bin ein Fan von ihr aber hab sie echt nicht erkannt durch das Make-up ja weil Daphne Keen spielt die Hauptrolle in His Dark Materials ne ja ja nicht nur His Dark Materials die war die junge X irgendwas in Wolverine in den Logan im Logan ganz genau ja sie war die X23 das Kind das die beiden beschützen genau richtig das ist ein Film den muss ich jetzt den muss ich auch nochmal gucken den hab ich nur damals im Kino gesehen und war wirklich schwer angetan den muss ich mir nochmal nochmal geben und eigentlich ist das ja auch so ein Film ich glaub wir haben auch einen Podcast drüber gemacht wo man halt sagen muss schau mal das ist doch ein schönes Beispiel wo du auch einfach mal Hugh Jackman und Patrick Stewart nimmst in ihren Rollen und du holst sie aber trotzdem so ein bisschen aus der Kontinuität raus und machst mit denen was völlig eigenständig ist und das ist so gut gemacht ja dass in diesem Film man jetzt überhaupt nicht irgendwie fragen muss wie passt denn das jetzt zu anders nein das ist eine Geschichte für sich die so für sich funktioniert hat und die wirklich richtig richtig gut war und dann funktioniert das eben auch mit etablierten Schauspielern die schon die feste Rolle haben ohne dass man also ich saß nicht in dem Film und hab mir gedacht wie passt das jetzt in den Kahn und warum weil die Story halt gut war ne Story und warten wir mal auf Deadpool und Wolverine weil da spielt der ja auch nur eine Variant von Wolverine und nicht unseren Original Wolverine den wir lieb gewonnen haben ja da bin ich auch mal gespannt vielleicht kann er meine Superheldenmüdigkeit wachküssen schauen wir mal aber ja Daphne Keen was ich jetzt etwas schade finde nachdem ich das eben gesehen habe als das hieß ist dass man sie so gar nicht erkennt und dass sie auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen als Padawan etwas blass ist aber vielleicht kommt die Rolle ja noch vielleicht kommt er noch im wahrsten Sinne des Wortes blass genau ich wollte kurz sagen im wahrsten Sinn des Wortes so dann haben wir eine Jedi Master Vanessa Rowe sie wird gespielt von der Rebecca Henderson von der ich vorhin schon sprach und Rebecca Henderson die habt ihr eben schon auch in Orange and New Black mal in einer Folge gesehen Watroschka hat sie mitgespielt sie hat letztens erst mitgespielt in You Heard My Feelings und früher war sie noch bei True Story dabei und hat auch mal bei Grand Theft Auto 5 und 4 ihre Stimme gegeben und 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 sie war auch bei Junabomber und Westworld dabei und Westworld haben wir ja auch intensiv besprochen jetzt muss ich gerade mal gucken welche Rolle hatte sie denn da das interessiert mich jetzt gerade eben mal ich komme jetzt auch wirklich nicht aus Westworld die war zu klein die war zu klein um hier gecredited zu werden warte mal ne das muss wirklich nur eine kleine Nebenrolle gewesen sein weil ich finde sie jetzt spontan nicht ah doch hier Goldberg wer auch wer auch immer Goldberg war wahrscheinlich irgendeiner von diesen Executives oder so ah nein sie war eine von von so einem Squad Team von so einem Squad Team die da reingekommen sind ah die da an dem Strand waren und so ja die mit den die mit den die mit den kurzen Haaren das war aber das war jetzt Charakter 3 Folgen und dann gekillt worden ja gut aber irgendwie alle hier kommen sie von Russian Doll rüber ne ja 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 Macherin alles sind mitgebracht da hast du genau da hat sie ihre Mischproche so ein bisschen mitgebracht dann haben wir den Charakter der Mutter Anieser die wird gespielt von Jodie Turner Smith und Jodie Turner Smith britisches Model die hast du vielleicht in Sex Education gesehen ja ja in der Tat Sex Education auch weiterhin eine großartige Serie und da ich hab's noch nicht gesehen das war Alva Nordkorn hat sie gesehen und war davon auch sehr angetan dann und da bin ich ja mal gespannt ob da noch was kommt Jedi Master Indara gespielt von Carrie Ann Moss die mehr oder weniger einfach nur Trinity nochmal spielt nur in dem Jedi Kostüm und da bin ich wirklich mal gespannt ob's das jetzt war ob das so ein Flashback Charakter wird oder ob sie einfach nicht mehr Geld hatten um sie für mehr als fünf Minuten zu bezahlen das kann doch nicht alles gewesen sein Kampfchoreografie kann sie halt das wissen wir wir wissen auch nicht wie viele Stuntmänner oder Stuntwomen dazwischen waren die sie gespielt haben aber ja ich würde sagen wir haben ja zwei Möglichkeiten entweder ist sie nur in den Flashbacks zu sehen wir haben vielleicht eine große Flashback Episode wo der ganze Hintergrund erklärt wird oder sie ist der große Böse oder sie ist der große Böse dann haben wir Kwai Mir ich glaube so spricht man hinaus gespielt von Manny Jensito auch ein Jedi philippinischer kanadischer Schauspieler den habt ihr vielleicht noch in Top Gun Maverick gesehen ja und ihr könntet ihn auch in Bates Motel gesehen haben und in Supernatural also von daher Supernatural The 100 Bates Motel Once Upon a Time der ist auch so ein bisschen durch die Fantasy Serien gegriffen das wäre so ein klassischer Schauspieler den lädst du dir zur The Magic Online wahrscheinlich ja und als Jedi Master Torbin haben wir dann Dean Charles Chapman und Dean Charles Chapman der kommt aus England und den habt ihr als Tommen Baratheon in Game of Thrones auf jeden Fall schon mal gesehen er hat auch ach stimmt das war Tommen oh wow ja er ist älter geworden ja er ist älter er ist älter geworden ganz genau und er hat auch in 1917 mitgespielt da habt ihr ihn unter Umständen auch gesehen als Lance Corporal Tom Blake da hat er nämlich zusammen mit George McKay die Hauptrolle gespielt in diesem Film um ja das eigentlich ehrlich gesagt soweit erstmal zum Cast die Musik stammt von Michael Abels Michael Abels der hat auch schon relativ viel Musik gemacht vor allem auch so ein bisschen im klassischen Bereich sehr viel Orchestermusik Oper aber im Film war er unterwegs in Dingen die ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so kenne das einzige was ich hier sehe ist bei Get Out da hat er den Score gemacht und die anderen Sachen sagen mir jetzt ehrlich gesagt nix kriegt der Bestatter American Society of Magical Negros sagt mir jetzt alles nix da bin ich auch mal gespannt bisher muss ich sagen ist der Score mir weder negativ noch positiv aufgefallen gucken was da rauskommt aber es ist definitiv kein Score wie von dem wie heißt der Ericsson Göran Ericsson der Mandalorian Score gemacht hat das ja dann definitiv nennen wir ihn Lars Göransson genau ist ja dann definitiv nochmal eine andere Hausnummer soweit also erstmal zu Cast und Crew uns werden fluffige acht Folgen erwarten die ersten beiden haben wir jetzt gesehen verloren gefunden und Rache und Gerechtigkeit es hat so ein bisschen angefangen wie so ein Krimi so ein bisschen das habe ich auch öfters gelesen so CSI im Star Wars Universum würdest du da mitgehen absolut ja also am Anfang hat man noch ein bisschen was anderes gedacht aber ja es entwickelt sich zu so einer typischen Detektiv Story und kann ich mit leben wenn wir so eine große Mystery haben vielleicht ist es ja was Spannendes aber das hängt natürlich ganz stark wieder von der Auflösung ab die uns dann präsentiert wird von dem großen vielleicht Twist der noch da reinkommt nicht nur die Twins die wir da haben die Zwillinge sondern dass es irgendeinen großen Twist gibt den wir noch nicht sehen können weil es ist meist der große Spaß an diesen Detektiv Storys ja bisher sehen wir ja nur ein Schatten Wesen Menschen Siv whatever der da so ein bisschen dahin steht ich habe mir mal so ein bisschen überlegt damit wir auch so kurz mal uns einordnen kann sag mal wie oft hast du eigentlich A New Hope gesehen sechs sieben mal irgendwie so in der Richtung in meinem Leben haben wir nicht ne ich glaube nicht ja du ich glaube ich habe die Prequels öfter gesehen als die Originalen aber dazu kann ich ja immer wieder sagen ich habe die Originalen halt toll gefunden im Fernsehen als sie damals kamen haben wir schon mal drüber gesprochen und die Prequels war so die Zeit wo ich in Star Wars eingestiegen bin ich war auch damals Anfang der 2000er wirklich großer Fan der Prequels bis mir bewusster wurde was eigentlich dahinter war und jetzt es pendelt sich je nach Jahrzehnt immer wieder anders ein also ich habe A New Hope 30 mal gesehen mindestens ich erwarte auch nichts anderes ja mindestens 30 mal gesehen ja auf jeden Fall und das ist so ein bisschen mit Empire's Die Expect das sind so meine Goldstandards und danach geht es kommt lange erst mal nüchte und dann geht es so ein bisschen runter und ich bin mal gespannt ich bin wirklich mal gespannt bei dieser Serie ob sie es schaffen diesen Sandkasten Star Wars zu nehmen und mal etwas zu erzählen bei dem wir nicht irgendwie jetzt noch über die Ecke Yoda oder also das Schlimmste wäre wenn sie irgendwas mit Palpatine oder den Skywalkers machen würde das wäre das Schlimmste ja sie das irgendwie da reinschustern auf Teufel komm raus oder irgendwie den Uronkel von Han Solo oder irgendwie so ein Quatsch oder wir haben ja jetzt auch dann den Wookie gesehen in der letzten Folge wenn das dann irgendwie noch Chewbaccas Großonkel wäre bitte 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 don't do it don't do it erzählt mal einfach eine eigene Geschichte ohne irgendwas denn das Hauptproblem das ich bisher so mit diesen Neuinterpretationen sagen wir es mal so von Star by Star Wars und Star Trek habe ist dass man manchmal auf Teufel komm raus etwas verändern möchte ja und zwar nach eigenem Geschmack und man dann halt damit völlig vernichtet was so ein Franchise überhaupt erst zu diesem Franchise gemacht hat das hat ja einen Grund verstehst du und wenn man eben anfängt an diesen Grundfesten eines Franchises zu rütteln was man immer machen kann wenn man es gut macht und in sag ich mal überschaubaren Dosen also das Logo von Coca-Cola ist ja nicht das gleiche Logo wie noch vor 100 Jahren das ist ja auch immer wieder angepasst worden aber halt dezent so dass man es eigentlich fast gar nicht merkt und dann kann so ein Franchise sich ja auch ein bisschen entwickeln so wie zum Beispiel James Bond ja immer das Kind seiner Zeit war ja ob das jetzt in No Time To Die richtig war ist das könnt ihr in unserem Podcast nachhören aber James Bond war immer so ein Kind seiner Zeit aber ohne sag ich mal die Grundelemente zu verleugnen bis so jetzt gegen Ende und da bin ich mal gespannt ob diese Serie es schafft sich auf der einen Seite von allen Etablierten zu lösen und auf der anderen Seite aber eben auch jetzt nicht anders sein will nur um das Anderssein ja also ich sehe dann folgendes Problem dass wir jetzt in einer Ära der High Republic sind also am Ende der High Republic was nur knapp 100 Jahre vor vor wie heißt jetzt vor dem Episode Episode 1 spielt und wir damit schon wieder sehr nah da drin sind also man muss ja auch sagen in der ganzen High Republic Ära ist einer dieser Dinge die das verbindet weiterhin Yoda der im Hintergrund agiert ich bin in Büchern nie so weit gekommen dass ich jetzt groß irgendwas von Yoda gelesen hab er wurde also immer nur erwähnt dadurch dass er 900 Jahre alt ist in dieser High Republic Ära so 5 ich glaube die spielt 500 bis 100 Jahre vorher irgendwie so ist er ja derjenige der es verbindet aber wenn wir jetzt in diese Richtung gehen wie es ja schon angedeutet wird dass mit den Jedi nicht mehr alles in Ordnung ist und dass sich da irgendwas kleines aufbaut oder irgendein Widerstand in der Richtung wir haben ja immer noch einen ungesehenen Darth Plagueis den Meister von Palpatine den wir nie gesehen haben und der das könnte halt das verbindende Element sein ich glaube sie kommen nicht ganz davon los uns irgendwie damit zu verbinden und das finde ich so das traurige daran weil wir haben die Chance auf diese High Republic jetzt wirklich im besten Fall sehr versetzt von dem sein kann was wir in der ursprünglichen in den ursprünglichen Filmen so kennen aber wir sind trotzdem nicht weit genug entfernt um uns komplett davon zu lösen also die High Republic Ära kann sich davon lösen und die hat das auch in den ersten Bänden gezeigt dass man sich lösen kann aber hier fürchte ich ist sie zu nah einfach an Episode 1 dran und da hätte ich mir dann halt am Ende des Tages gewünscht geht doch einfach in die Old Republic tausend Jahre glaube ich zurück und macht Old Republic das ist unverbraucht das gibt es nur in ein paar Comics und in den Rollenspielen und das war immer ein schönes Star Wars Erlebnis was Star Warsig war ohne aber halt eben Imperium etc pp das fand ich immer also es hat mich nie gestört ja weißt du was ich meine ich hab immer gern also das MMO hab ich nicht gespielt weil ich keine MMOs spiele aber die zwei Singleplayer Teile hab ich absolut durchgespielt und durchgesuchtet und die fand ich richtig richtig klasse und die haben richtig Spaß gemacht und da war alles drin was ich für ein gutes Abenteuer und eine gute Geschichte in dem Star Wars Universum brauche allerdings hätte ich gern so langsam mal eine Sache erklärt und das hat erkenne sie mir mal niemand ich weiß es nicht ich kann es ja auch nicht erklären aber das wäre mal eine schöne Erklärung was wollen eigentlich die SIV also was wollen die eigentlich also was wollen die das weiß ich nicht die Jedi vernichten ja und dann also ich meine dann also das ist ja dann so wie wie bei Episode 9 dann auf Exogol diesem lächerlichen Kultistenplaneten das war ja das war ja grausam diese ganzen SIV Anhänger Acolytes die dann da auf der Tribüne stehen in dem Stadion und da irgendwie so dumm Rey und Palpatine bei ihrem lächerlichen Endkampf zu gucken aber ich frage mich halt immer so was treibt die halt an und da wäre und wo du es gerade gesagt hast so ein Darth Plague ist vielleicht gar nicht mal so dumm weil war das nicht derjenige der sozusagen die Kunst erfunden hat Tote wiederzubeleben ja ja genau der hat den Weg in die Unsterblichkeit gefunden das war ja seine das war ja die Geschichte von Palpatine die ja Eneken erzählt hat in Episode 3 und das wäre doch mal eine gute Motivation ich glaube das ist auch eine der Motivationen die die haben also die möchten herrschen die möchten sich von dem Code der Jedi entfernen und die möchten ja und Sterblichkeit erlangen war das nicht so dass es in der was war das die Old Republic und in welcher Ära gab es doch so viele Cis und die haben sich doch nur gegenseitig bekämpft weil die alle nicht miteinander klar gekommen sind und dann gab es am Ende die Regel dass es nur einen Meister und einen Schüler geben sollte das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sagen ich glaube jetzt ist es wirklich ganz ganz dunkel also Darth Rewan war ja glaube ich in dem ersten und Darth Malak glaube ich im zweiten oder umgekehrt ich weiß es nicht mehr ganz genau aber die hatten glaube ich auch dann schon so einen und wenn das da noch irgendwie mehr Lore gibt dann muss ich an der Stelle gestehen I don't fucking know ich glaube diese Regel für den einen Meister einen Schüler wurde irgendwann geschaffen weil die Cis einfach sich zu sehr selbst bekrägt haben und alle die Macht am Ende haben wollten und das nicht gut war für die Seite dadurch haben die Jedi am Ende glaube ich gewonnen das war ohne es beweisen zu können kommt das aus den hintersten Ecken meines Gedächtnisses hervor nimmt mich hier nicht beim Wort glorioses Halbwissen worum geht es eigentlich es geht darum dass eine mysteriöse Attentäterin anfängt nach und nach Jedi zu killen und man dann sehr schnell auf den Trichter kommt das könnte ja hier die Osha sein aber stellt sich ganz schnell raus nee die hat ja eine Zwillingschwester und die haben natürlich wie es heutzutage immer sein muss und da so mein erster kleiner Kritikpunkt es ist natürlich wieder mal so ein Traumalein das sein muss weil ohne geht es halt heutzutage nicht aber okay wenn es gut gemacht ist so be it und ja warum wieso weshalb sie anfängt Jedis umzubringen das wissen wir noch nicht so ganz genau sie steht aber im Diensten irgendeines Sith Lord in da wissen wir auch noch nicht so ganz genau um wen wir wissen auch nicht ob es ein Sith Lord ist wir wissen ja genau richtig den sie scheinbar noch nicht mal benennen kann ja ganz genau und von daher ist das an der Stelle noch wie soll man sagen etwas unaufgelöst aber der Jedi Orden ist auf jeden Fall besorgt genug um Meister Sol dann eben mal auf Erkundung zu schicken um das Ganze rauszufinden und ehrlich gesagt viel mehr wissen wir auch noch nicht ich habe mir das Ganze angeschaut diese zwei Folgen ich war jetzt nicht völlig vom Hocker gerissen aber dadurch dass ich das Schlimmste erwartet hatte sozusagen war ich ehrlich gesagt dann am Ende ja ich will nicht sagen überwältigt aber ich bleibe gerne dran und bin mal freudig erwartet ob der Dinge die man da uns präsentiert und das Einzige wo ich wirklich ein bisschen den Kopf geschüttelt habe ist weil es halt einfach so so lange und so explizit war waren so dieses dieses sie dann da draußen auf der auf dem Raumschiff da rumlatschen und das reparieren und dann brennt es halt im Weltall und da dachte ich mir so ja ich weiß es gibt in Star Wars immer Ex-Personen und auch Geräusche im Weltall und so ja ist gut aber das war halt so eine richtig offene Flamme da dachte ich mir so ah nee das nee nee bitte so eine windgeformte Flamme ja so eine windgeformte Flamme und da dachte ich mir so nee komm Freunde das ja okay das muss jetzt nicht sein aber abgesehen davon fand ich es gut du hast es erwähnt du hast es erwähnt in unserem WhatsApp Chat und in dem Moment wo du es erwähnt hast muss ich sagen ja stimmt aber das hat mich in dem Moment wo ich es gesehen habe war mir das komplett nicht bewusst das hat mich erst wahrscheinlich hat es auch in meinem Hinterstübchen so ein bisschen gefeuert seltsam weil sie auch die ganze Zeit da drauf gestarrt hat und sich so viel Zeit gelassen hat aber ja natürlich die sind gerade im Weltraum ja und das war dann an der Stelle ein bisschen ja okay aber das war danach kam wo ich dir allerdings recht geben muss das hatten wir gerade eben schon so ein bisschen gedacht weil die Regisseurin halt so aus dem TV-Bereich kommt es ist wirklich sehr flach und ich glaube das ist so ein bisschen das also flach im Sinne des Bildes und das ist mir vorher noch nie so aufgefallen aber hier habe ich immer so das Gefühl gehabt dass so die Extras also die Statisten die sind auch so Statistenhaft also die sind nicht gut angeleitet denn ich habe irgendwie immer so das Gefühl die laufen so durchs Bild damit sie halt durchs Bild laufen weißt du die das ist mir noch nie wirklich so aufgefallen aber zusammen mit diesem sehr flachen wenig Tiefe und Perspektive habenden Filmen wo auch die Kamera Standard ist also ich meine lieber ganz ehrlich lieber Standard als wie bei Discovery sinnlose Kameraschwenks for no reason oder die berühmte Wackelkamera also dann lieber so ne ja aber aber dadurch wirkt es halt sehr fanfilmig was ja schon ein Kompliment für Fanfilme ist weil die in der Qualität halt inzwischen so gut geworden sind und das glaube ich hat so ein bisschen diese ja diese diesen negativen Touch so vermehrt den die Leute hatten weil es halt dann einfach nicht so filmisch rüberkommt wie man es vielleicht gewohnt ist und wie ich es ehrlich gesagt auch bei Mandalorian ich hatte bei Andor ja auch nicht aber bei Book of Boba hatte ich das auch Book of Boba war auch visuell unglaublich langweilig und flach und ich meine wir müssen ja immer wieder unser schönes Beispiel Godzilla Minus One reinbringen wo die es mit 15 Millionen geschafft haben einfach ein visuelles Meisterwerk auf die Beine zu stellen und hier haben die ohne Witz pro Folge ein geschätztes Budget von ungefähr 22,5 Millionen Dollar klar andere Workflows andere Abläufe und so weiter aber es sieht für mich weiterhin nicht nach 22 Millionen pro Episode aus vor allem nicht wenn man sich danach nochmal Godzilla Minus One anguckt die ich jetzt zum zweiten Mal nochmal geguckt habe um mit dem Forever Nerd Girl auch zu zeigen die auch wirklich recht angetan davon war sie war nur ein bisschen enttäuscht dass das Ganze dann doch nichts mit dem Monarch zu tun hat weil sie mochte die Monarch Serie und dieses ganze Monster Burst und dachte eigentlich das gehört irgendwie da rein aber da hätten wir auch nochmal so ein Franchise wo du einfach so ein Godzilla nimmst und du erzählst einfach eine völlig losgelöste Geschichte davon und die kann dann funktionieren und sie funktioniert halt auch in diesem Fall halt auch sehr sehr gut und hier muss man halt sagen ja das Budget das wird schon irgendwo hingeflossen sein aber an vielen Stellen denke ich mir also ich meine die Tricks und so das sieht alles gut aus also es war jetzt nicht so dass die CGI da irgendwo abgefallen wäre aber es ist halt schon einfach ein bisschen Standard man könnte jetzt man könnte jetzt irgendwie sagen sie haben es halt sicher gespielt um es positiv auszudrücken ja aber so ein bisschen mit Color Keying und ein bisschen Kontraste reinbringen ein bisschen allein mit den Farben zu spielen das habe ich ja eben schon gesagt da hätte man noch deutlich mehr aus diesem Bild rausholen können und ich habe gerade noch ein bisschen das Gefühl ich meckere hier gerade viel rum obwohl ich die Serie auch okay fand ja ehrlich gesagt ich bin bei der zweiten Episode eingeschlafen aber auch nur deshalb weil ich an dem Abend sehr müde war als ich sie am nächsten Tag nochmal weitergeschaut habe war sie ganz okay aber auch hier wieder wir sind am Ende der High Republic und die High Republic soll so ein shiny Zeitalter der Jedi und der großen Republik gewesen sein das fühlt man aber nicht gerade im Bildschirm es fühlt sich wie Star Wars wie wir es kennen an wir sind auf Planeten die ein bisschen runtergerockt sind aber dann doch nicht wirklich runtergerockt wir sind zwischendurch mal auf Kurosan wo alles ein bisschen netter aussieht aber wir ich habe nicht das Gefühl wir sind in einem Hochzeitalter nee überhaupt nicht nicht mal am Ende eines Hochzeitalters es ist genauso es fühlt sich genauso wie die Ära vor dem Imperium an ja ich meine es wird einem halt gesagt es gibt jetzt da überall so Jedi Outposts und so weiter aber die sind jetzt halt auch wie du gerade gesagt hast jetzt auch eher so runtergerockt gerade da wo man dann diesen Meister wie hieß Torbin sieht das sieht ja auch eher aus wie Strafe setzt dahin ja ich meine sie sind ja auch irgendwie wieder in irgendeinem Backwater Planet am Ende sie sind ja nicht im Zentrum der Galaxie aber wenn man mich in eine neue Zeit versetzt und wenn man sagt das ist eine glanzvolle Zeit der Jedi gewesen dann zeigt mir noch mal ein bisschen mehr davon es kann natürlich sein es kann natürlich sein dass es mehr kommt aber so ein paar kleine Innenansichten von einem Jedi Tempel auf Kurosan reichen mir einfach nicht für das Worldbuilding um zu zeigen dass wir in einer komplett anderen Zeit sind ja ganz genau und da bin ich mal gespannt was da so rauskommt und an der Stelle bin ich geneigt dir recht zu geben es fühlt sich nicht sehr High Republic mäßig an aber das ist ja auch so ein so ein Ding das hast du ja öfters mal bei Star Wars ist das auch bei Star Trek hast du das zum Beispiel nicht so bei Star Trek hast du immer auch das Gefühl okay hier gibt es auch einen technologischen Fortschritt ja die überpowerte Discovery mal ausgenommen aber es gibt immer einen technologischen Fortschritt Star Wars ist halt immer gleich also Old Republic High Republic New Republic das ist halt technisch immer gleich also da gibt es halt keine signifikanten Unterschiede außer dass dir dann von JJ irgendwie erzählt wird okay es gibt jetzt Hyperspace Tracking oder so ja okay aber ansonsten sieht halt alles gleich aus ja und das gleiche hast du übrigens auch so bei Game of Thrones wie lange liegt zwischen House of the Dragon und Game of Thrones sind doch auch 1000 Jahre oder sowas oder 400 Jahre 400 Jahre dafür ist es aber halt auch exakt gleich ja also da kann ich es noch verteidigen denke ich mal ins dunkle Mittelalter zu ja gut okay ja gut von mir aus wenn die Welt klein gehalten wird dann wird sie so aber wenn wir hier schon uns im Namen die High Republic anschauen dann will ich doch auch eine Hochkultur sehen wollen klar es ist vielleicht am Ende der High Republic oder kurz vor dem Sturz der High Republic und dann sieht man so die Risse die aufkommen aber trotzdem habe ich das Gefühl ich müsste so ein Shiny Metal wie von Naboo Fightern sehen ja schon so ein bisschen mehr Naboo und weniger runtergerockt ja auf jeden Fall aber ich sag mal so ist keiner noch kommen ich bin mal gespannt drauf weißt du ob die das auch wieder mit dieser wie heißt diese diese Stage da The Volume The Volume gemacht haben ja ich glaube schon ich glaube sie haben es eingesetzt ich kann mir vorstellen dass man es auch an einigen Stellen sieht aber die werden schon besser da drin das einzusetzen deshalb ob es jetzt ein Greenscreen Bluescreen oder The Volume ist ist nicht immer ganz ersichtlich und ja die Effekte die Schiffe im Weltraum und so die sehen die sahen auch gut aus da kann ich jetzt nicht so viel meckern es ist eher diese Bildkomposition es ist eher die Farbgebung und das Colorkeying was mich an dem Ganzen ein bisschen stört wo ich mehr Charakter im Bild haben möchte und selbst wenn du mir sagst am Ende der High Republic ist es schon alles ein bisschen anstrengender dann zeigt mir das doch im Bild und macht nicht so einen Standard Star Wars Foto was wir aus Episode 1 bis 3 so ungefähr kennen aber gut ich möchte noch mal wenigstens ein zwei positive Sachen sagen die mir aufgefallen sind weil du hast jetzt mehr Positives als ich gesagt bitte bitte liebe Hörer streicht euch das Rot im Kalender an ja und falls ich in der letzten Folge sage das war ein rechter Scheißdreck den wir da gesehen haben ja dann nochmal ich war am Anfang wirklich dem Ding hier vollkommen wohlwollend geneigt so bitte halten wir fest genau halten wir fest wir haben jetzt mal die Rollen vertauscht nee was mir gut gefallen hat sind mehrere Sachen einerseits bin ich schon so ein bisschen gespannt was da auf uns zukommt von der Geschichte auch wenn wir von dieser Geschichte noch nicht viel gesehen haben die Charaktere könnten durchaus interessant sein wenn sie ein bisschen mehr Tiefe bekommen da ist vielleicht wenn sie es gut auflösen eine interessante Mystery dahinter und dass sie auch eher so eine Detektivgeschichte so eine Kopfgeschichte daraus machen ist okay ist vielleicht auch durch die Art durch die Funktion die die Jedi in diesem Zeitalter erfüllen genau das Richtige die sind halt die 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 Polizeiforce des Ganzen was ich gut fand war die Kampfchoreografie das hat mir seit langem endlich mal wieder in der Star Wars in einem Star Wars Medium gefallen dass sie echt gute Kämpfe da einstudiert haben gerade am Anfang mit Trinity die da reingekommen ist das sah schon alles topnotch aus also das hat mir richtig gut gefallen dann ja auch generell das also wir haben ein paar Charaktere die sind nett anzusehen und die haben bestimmt noch irgendwelche Tiefe und letztendlich kann ich mir vorstellen dass es spannender wird also sie haben die Grundlagen geschaffen und diese Grundlagen finde ich gut das ist was interessanteres werden könnte auch wenn meine Hoffnung gerade noch nicht so hoch ist ja okay da lassen wir es doch im Grunde genommen mal ein bisschen dabei ich bin mal gespannt ich habe mir gerade eben nochmal das Poster angeguckt und sie haben ja die Indara also Carrie and Moss da schon prominent drauf also ich denke die sehen wir noch ein paar mal was ich ehrlich gesagt mal einen ganz netten Einfall fand ist unser Droid der Serie ich weiß ehrlich gesagt habe vergessen wie er heißt aber das ist mal eine nette eine nette Form dass das nicht so ein rumrollendes Ding ist sondern dass man da einfach mal so eine Art Handheld Droide hat das ist wie bei Jedi Survivor oder wie die beiden Spiele da hießen das ist ähnlich wie ja bei Jedi Survivor da hängt er dir gut der kann aber auch selber laufen der hängt ja am Rücken aber der kann ja auch selber laufen ja da hat er mich sehr dran erinnert also ich fand auch net Pip hieß er glaube ich ja genau Pip und diese die Droiden aus Jedi Survivor und Jedi wie hieß denn der erste Teil Survivor war er der zweite Jedi Outcast ne war da was anderes egal ihr wisst was Fallen Jedi Fallen Order Fallen Order Fallen Order die laufen ja in Galaxies Edge rum da haben sie die ja ferngesteuert wo die da so durch die Gegend hüpfen und scheint wohl ganz gut zu funktionieren auch wenn da die die Leute über die drüber rennen und so mal gucken und ich bin mal gespannt ich bin ja auch mal gespannt wer diese Mala Anisea sein wird ob da nochmal hier unsere aus Rebels beziehungsweise Clone Wars beziehungsweise Ahsoka bekannten Night Sisters da kommen also nochmal diese Magic also die magische Seite der Macht sofern das überhaupt dann nochmal irgendwie einen Unterschied macht aber okay und ich meine auf den Plakaten auch sowas wie einen Ewok zu erkennen aber es kann auch ein anderes Viech sein mal gucken ich bin gespannt auf den Planeten auf Kofar es ist zwar nicht Kashuk aber es ist ein Wookie Planet und ein Wookie als Jedi zu sehen oder mehrere Wookie als Jedi zu sehen ist bestimmt ganz lustig ja ich bin auch mal gespannt denn bei vielen Wookies auf einem Haufen fällt einem natürlich sofort das infame Holiday Special ein die Weihnachtsepisode wo Jedi nach Hause fliegt zu seiner Frau Malabuk oder wie sie heißt seinem Sohn Lumpi und seinem grießgräbigen Vater Itchi ist das Ah ist Oh gut okay also ja da muss ich bei Wookiees muss ich an lustige Wookiees eigentlich noch eher an Robot Chicken denken was war bei Robot Chicken ja wie die einfach Star Wars die ganze Zeit verarscht haben Robot Chicken ist ganz große Star Wars Parody die ganze Zeit das stimmt kann man glaube ich auch in allen Teilen irgendwie auf YouTube läuft auch regelmäßig läuft so ein Adult Swim ich glaube in der in der Serie war das lief dann immer läuft dann immer auch immer bei Facebook oder so in irgendwelchen Gruppen bei Star Wars oder so durch die Gegend bekannt ist da dass der Gag wo der Imperator auf der Rolltreppe steht und dann die ganze Zeit so dieses Daumschub bei der Größe muss bis hin wenn man auf den Keks geht ja ja also wir werden hier den 14-tägigen Rhythmus beibehalten würde ich sagen wir halten wir halten fest und vermerken wir sind gut gestimmt wir haben nicht viel auszusetzen gehabt und hoffen dass es uns weiterhin gut unterhält und dass wir an der Stelle einfach nochmal eine schöne Star Wars Serie und eine schöne Geschichte im Star Wars Universum bekommen bei denen ich wenig Kopf-Tischplatte machen muss ich bin gespannt wie gesagt ich bin dahingehend skeptisch als dass ich befürchte dass das einfach die zwei guten Folgen am Anfang für die Presse waren und das danach jetzt abkackt aber von mir kriegt die Serie auf jeden Fall im Moment erstmal eine solide zwei bis drei ja in Schulnoten das ausbaufähig aber da ist noch Luft nach oben aber das war jetzt definitiv kein Schrott und mich haben die zwei Folgen gut unterhalten ich weiß nicht warum man dann immer zwei Folgen auf einmal veröffentlicht anstatt nicht einfach irgendwie einen 90-minütigen Pilotfilm zu machen aber okay ist egal das muss jeder selber wissen warum er das macht Aufmerksamkeit mit einer Episode das ist nämlich auch wieder die Lauflänge die hier von den Episoden sehr sehr unterschiedlich sind die erste glaube ich unter 30 Minuten und die zweite so 40 Minuten in der Richtung das hatte mich dann doch überrascht dass sie weiterhin diese Route fahren aber ja die haben wahrscheinlich gedacht einmal nur 30 Minuten wäre zu wenig wir müssen noch ein bisschen mehr Hype noch mehr ein bisschen Einsichten geben ich meine das ist aber ehrlich gesagt was ich sagen muss das hat mich schon bei meiner Lorien gestört ich hätte dann doch ganz gern so eine Serienlänge auf die ich mich freuen kann weißt du wo ich einfach weiß okay ich gucke jetzt eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder von mir aus auch eine halbe Stunde aber dann hast du eine Folge die geht dann 40 Minuten und die nächste ist dann wieder nur 20 Minuten und so ah das finde ich doof das das war mir nicht schauen wir mal was der Rest so bringt schauen wir mal wenn euch das heute hier gefallen hat dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben abonniert uns auf den einschlägigen Plattformen und vor allem kommt zu unserer Show zur nächsten Nerdy Christmas The Show am 22.06 im Rabbit Hole Theater in Essen zu Gast ist die wundervolle Cosplayerin Edencraft aka Nina und aka Mina das wird ganz fantastisch werden 22.06 15 Uhr es ist diesmal eine Kaffeeklatsch Edition im Rabbit Hole Theater Tickets schießt ihr euch unter rabbithole-theater.de slash nerdychrismus und Feedback zur Show das schickt ihr uns natürlich immer an die 01525 964 7709 an info at nerdizismus.de und kauft doch noch eine kleine Tasse oder eine Jedi Nerds T-Shirt bei nerdizismus.de slash shop so in diesem Sinne die Stunde ist wieder voll es hat mir sehr viel Spaß gemacht wir halten fest wir sind guter Dinge wollen wir uns die nächsten Folgen 3 und 4 anhören dann hören wir uns hier bei den Jedi Nerds schon wieder und wie auch vorhin erwähnt es geht dann weiter mit House of the Dragons und was wir auch noch ein bisschen uns beschlossen haben wir wollen jetzt auch mal über mehr Dinge reden die wir gut fanden und ich bin mir ziemlich sicher dass wir demnächst mal über Blue Eye Samurai reden werden und du hast bestimmt auch ein paar Serien und Filme die du geguckt hast über die du mal sprechen möchtest auf jeden Fall seid gespannt super in diesem Sinne macht es J bis dann tschüss tschau eine Produktion des Podcast Imperiums 싶 значит scha scha und scha Vielen Dank.